ein wunderschönen guten morgen heute geht es mal wieder mal gucken ob wir was fangen heute oder nicht mich macht das angeln hier überhaupt keinen sinn gerade als viel zu flach ist als bis jetzt nur hängen geblieben also werde ich nicht weiter angeln aber noch nichts spannendes bis jetzt ja ich muss hier eben zum retten meines angelequipments mal ein bisschen ins wasser gehen wir machen jetzt ein paar muscheln zusammen für mittagessen heute wenn man einen kleinen fisch fängt muss man halt mit muscheln auskommt unser mittagessen für heute werden muscheln sein so tim hat gerade einen stingray geangelt es ist ein stingray was are you doing with it oh i don't know man like i don't know me neither no way no shit no way oh crazy man oh what the fuck do i do with it i don't know oh wait crazy man der stingray war auf jeden fall also der stachel auf jeden fall scary ja meine garterie ist leider leer geworden jetzt hätte ich noch mehr gefilmt davon schön mit dem essen die auf jeden fall dass ich Das war's. Wir haben heute einen schönen Tag. Tim ist wieder zurückgefahren, da wo er wohnt. Er wohnt eine Stunde von Wellington entfernt. Wir werden wahrscheinlich nochmal besuchen. Und ja, das war's von mir für heute. Morgen gehen wir mal wieder angeln. Wie die letzten Tage auch. Mit Elton zusammen. Ja, wir sehen uns morgen wieder. Ja, wir sehen uns morgen wieder. Ja, wir sehen uns morgen wieder. Ja, wir sehen uns morgen wieder.